ja und guten tag willkommen zurück zu einer weiteren folge hexenjäger was ich mir überlegt habe die dinger werde ich vielleicht nicht brauchen und die hex die hexe die verschwindet nach oder der hexenweise verschwindet nach dem also die klone sag ich mal von ihm verschwinden nach einem schlag wenn ich richtig bemerkt habe daher würde ich sagen reicht auch vielleicht pardon die fernwaffe nein zu schwer aber die peitsche oder ich könnte ja mal mit der peitsche probieren ich meine ich weiß nicht oder wurf messer doch leicht oder sollte ich den schuld nehmen moment mal habe ich nicht kleidung die gegen magie in guten schutz bietet was habe ich denn hier was gegen magie schützt magie 2,7 4,4 5 wenn ich das spiel richtig verstanden habe dann muss ich darauf achten dass ich magie resistenz bekomme oder 10,6 8 12 13 hm und hier 3,5 3,1 3,5 3,5 4,5 4,5 2,5 5,5 4,5 1 1 Viens Oh, die losere Kriter-Gamaschen sind sogar nur ein Ticken besser. Oh, okay. Aber wie sehe ich denn so aus? Äh, hm. Okay, okay, interessant. Äh. So. Hm. Als hätte ich beinahe aus Metall, okay. Äh, gibt es wirklich nichts Besseres? Nein. Gut. Kann ich jetzt eine Armbrust auswählen? Hm. Ich würde es nicht fehlen. Hm. Holzbolzen. so und jetzt war noch hinterlassen wie kann ich ok links krieg ist das was sind dann die holzbolten die 42er und q ist die 19 dann ok ok das wird das wird jetzt spannend ok also ich komme mir ein bisschen ist vor wie gandalf ich meine ich habe ein stab ich habe einen coolen ich habe ein cooles schwert ok also das ist schon die lasse ich mal wieder weil zeitspiele und so ja erfrierung ein bisschen gutes zeug weiter geht's wo sind die seelen jetzt da genau gut ja ja so wenn ich mich jetzt nicht irre kommt der doppelgänger nein toll und ich bin fast wieder tot warum gut ja 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 das ist doch echt übertrieben ne ja 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 Ich muss wirklich gebraucht in der Deckung machen. Nein, das gibt es doch nicht. Oh Mann. Oh Mann. Okay, die Armbrust ist schon eine gute Idee, aber ich glaube, ich brauche allgemein eher Fernkampfwaffen und ich glaube, deswegen sollte ich vielleicht, ich rede um den heißen Brei, die Armbrust wegnehmen, aber ja, Wurfmesser, genau, ach, die habe ich schon ausgerüstet, okay, okay. Okay, habe ich doch mehr? Nein, okay. Hm. Moment, das ist doch ein Zauber, ich habe, habe ich nicht einen Ring, einen Zauberring? Verkürzt Zauberwirkzeit, gegen was kann ich das eintauschen? Ich glaube, gegen den Ring, das erste dann. Ja, dann mache ich das mal. Ja, 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 Gurgel schön. Das war der Zauberer. So geht das auch. So geht das auch. Ja, da bin ich wieder, wieder da. Ja, was mir aufgefallen ist, nachdem ich unterbrochen wurde, ist, dass ich die Videoqualität vom Video total vermasselt habe. Also ich dachte, irgendwie versuchen, OBS so einzustellen, dass ich Speicherplatz sparen kann. Ja. Nein. Hat nicht funktioniert. Nicht so, wie ich es wollte. Und dann ist mir aufgefallen, dass ich es scheinbar so geschafft habe, dass die Videos oben und unten einen schwarzen, schmalen Sand hatten. Ja. Dabei wollte ich doch hier während der Folge, während dieser Folge hier den Typen besiegen. Aber jetzt werden wir es immerhin, oder die Typen, jetzt werden wir es immerhin wunderbar sehen können. Nicht so pixelig. Ich rede jetzt von mir, nicht von anderen Kanälen und deren Videoqualitäten. Also. Ja. Ich hoffe, ihr habt davon nicht, keine Ahnung, Augenkrebs oder so bekommen. Den Gegner kann ich auch jetzt nicht wirklich einfach ignorieren, weil da hat meine Seelen. Nein. So. Wo kommt er? Wo kommt er? Wo kommt er? Wo kommt er? Da. Au. Auch. Ach, du heilige. Ey. Nee. À. Ich habe vergessen, den Ring auszurusten. Merk' ich gerade. Ich habe trotzdem einen Heilungsring. Aach. jetzt dürfen klone kommen glaube ich jawohl ach das wurfmesser reicht schon okay regt euch ab leute nein oh mein gott als ob ach komm schon warum hat er die anvisierung aufgelöst warum warum hat er die weg gemacht das war gerade so gut system naja gut okay regenausrüstung nicht vergessen ist das ein geräusch vermutlich die krabbe aber okay das hier nein das hier genau kurze zauberlugzeit ich probiere mal noch mal halt nein ich zähle ungefähr mal die sekunden 1 2 3 ok 3 und wenn ich den ring jetzt anstiebe 1 2 3 ne der ring bringt nix zumindest nix nicht nix man deutsch zumindest nix signifikantes so jetzt ran luk ran ich habe gesehen davon dass ich ein schluss bin muss ich den überhaupt bekämpfen eigentlich nicht da hat was fallen gelassen kristallener edelstein noch so nix sehr gut so da hat was fallen gelassen kristallener edelstein noch so nix dann nochmal aber ich kriege den dreh langsam raus und die wurfmasters sind scheinbar echt gut zum glück habe ich welche gekauft vorher toll ich war müde so als herr ja 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 Oh, was ist denn hier eine schöne Ecke? Ah, wait, what? Aha! Aha! Sehr gut, das Ding ist das Deck. Oh mein Gott! Uiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiui Nicht weiter. Aha, gut. Äh, wird sich halt den Zauber wieder zu aktivieren. Der Modell ist jetzt weg. Stürmen! Ach, ne. Äh, w-w-was ist jetzt? Wo ist der hin? Muss er schon wieder kloner auftauchen? Jaaaaaa, ach komm! Au! Ach, ne. Artilleriebeschuss. So, trinken. Eins. Zwei, hallo? Ach. 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 Ach, ne. Ach. Ach, ne. Ach. Oh! Ähm... Heilige! Ich komm mir vor hier wie... keine Ahnung... Neo! Ähm... Okay, jetzt stehe ich dich ab. Okay, 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 okay. Nein! Gut. Das war die letzte Tauberkunst. Sehr gut. Vielleicht bin ich schief. Ja! Hab ich ihn! Ja! 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 Oh, wie gut! Ja! Seele eines Kristallweißen. Oh! Ein Lagerfeuer! Ja! Geil! Hoch-errunglicher Fallgeschalt. Kristallweißer. Sehr gut! Sehr gut! Sehr, sehr gut! Ja! So, 15.000 Seelen. Sehr gut! 24 Minuten. Ja! Sehr, sehr gut! Auch wenn die erste Hälfte oder das Ende eher... Ja! Äh... Nein! Gute Qualität! Oh! Ich freu mich so! Ich freu mich so! Ja! Also, liebe Kinder! Ich hoffe, wir schauen keine Kinder zu, weil es ist Dark Souls. Und wir sollten eher... Nicht Kinder zuschauen. Ich hoffe... Bin ich noch heils sicher geworden? Ich hoffe... Ihr habt jetzt gelernt, wie man so einen Kristallweißen bekämpfen muss. Und jetzt... Wurfmesser! So! Oh! Und wir seh... Oh! Oh! Aufregung! Oh! 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 Okay! Wir seh... Beruhigen! Wir sehen uns in der nächsten Folge und hoffentlich... Ja! Hoffentlich ist das... Ende des Videos. Dieses Videos hier jetzt wirklich besser geworden. Danke fürs Zuschauen und Tschüss, bis zum nächsten Mal.